Hallo zusammen, in meinem kleinen Forum, das findet ihr übrigens auf meiner Webseite, Adresse ist unten eingeblendet, unterhalten sich im Moment der Sigi und noch einige andere User, man bräuchte einen Teil für Patapata, das müsste man bearbeiten, das hat mich natürlich gefordert, ja und da bin ich mal auf die Suche gegangen und fündig geworden bin ich in der Gruppe Ballet und jetzt nicht überrascht sein, Akustik Ballet, Original in der Variation, klingt so. Nun, wie kommt man jetzt da an den Rhythmus von Patapata? Als erstes natürlich mal Tempo 127. Es kommt schon der Sache etwas näher, dann natürlich entsprechende Spuren stumm schalten, ich brauche nicht die Orgel, ich brauche nicht den Chor, dafür mache ich im Mixer einfach die Gitarre etwas lauter und das Piano. So, Melodie spiele ich mit dem Saxophon. Das ging schon, ja und damit es richtig toll wird, muss ich jetzt doch ein bisschen an den Rhythmen schrauben, das ist gar nicht so schwer. Ich beschränke mich auf die Variation C, gehe über die Funktionstaste in den Style-Creator, aktiviere per Rekord-Channel die Rhythmus Spur 2, bei mir jetzt schon an, auf dem GIS habe ich die Q-Glocke. So, das hätten wir, speichere ich mir zur Vorsicht einmal ab und jetzt geht es ans Intro. So, das Intro 1 ist bestätigt, das brauche ich in einer Länge von vier Takten. Vier Takte auswählen, Execute, ich lösche die Rhythmus Spur, da brauche ich nichts von und jetzt die Piano Spur. Okay. Auf der Seite Channel gehe ich hin und quantisiere das Ganze mit Achtel. Und wichtig ist auf der nächsten Seite Parameter, dass ich Rot fixet und NTT mit Melodie auswähle. Das Ganze speichere ich einfach mal mit einem Buchstaben P ab. So, versuchen wir es mal. Gut, bei dem Intro könnte ich jetzt, damit es etwas durchgängiger klingt, auch noch diese Q-Glocke einspielen. Also nochmal zurück zum Style-Creator. Intro 1, die Rhythmus Spur, die Rhythmus Spur 2 ist scharf geschaltet. Okay. Okay. Man könnte das Ganze noch etwas weiter auf die Spitze treiben, wenn ich jetzt noch Multipad-Control dazunehme. Und zwar direkt auf der ersten Seite Latin Perkussion 1. Das würde schon passen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, das wäre mein Vorschlag für Pata Pata.